Meinst du, weil ich jetzt hier mit euch mitlaufe? Ja. Ich bin ja hier nur das rollende Publikum. Ich bin die männliche Laola-Welle. Ich bin euer Cheerleader-Man oder Boy. Hast du einen Kurzfilm von mir? Ja. Ich frage dir nicht, dass ich auch was rosa anhab. Es ist nicht die Unterhose, wie du jetzt denkst. Rümpfe. Es sind meine Schadrümpfe. Erwin, soll ich dann da mal ein bisschen... Oh ja, machen wir den Bauch frei. Boah, Mädels, machen wir alle Bauch frei. Ach du Pfosten.